Servus und hallo zu Forza Horizon 5. Vorher habe ich nur gesagt, ja letzte Aufnahme und so. Veranstaltung, komm. Wir bleiben bei der Karte. So, schauen wir mal was hier geboten ist. Petsch und Haussschienen machen Stress. Oh. Joa, einfach mal irgendwo dagegen fahren, halb stehen bleiben. Beste Plan. So. Checkpoint, komm her. Okay. So. oh fiese kurve fiese kurve da wollen wir mal ganz möglich durch mal auf 60 runter brems zwischen die kurve geht schon oder komm so jetzt kann man durchziehen oder konnte man fast da hätte ich einfach kurz mal vom gas gehen müssen schade auch doch nur ein zurückspuler drin gehabt da machen wir das letzte reguliere rennen müsste das letzte reguliere sein und dann der marathon glaube ich ist auch nicht allzu lang und nicht so grobe kurven drin wenn ich das richtig sehe wird das jetzt glaube ich ein kürzeres video so Reicht uns das Rennen, dass wir bis auf Level 50 hochkommen? Bleibt spannend. Ich habe den Stufenfortschritt jetzt gar nicht angeschaut, wieviel noch, aber ist ja auch wurscht. Irgendwann macht es plop, sind wir Level 50 in den Starten. Der ist vorne, der Ersten und der Andere. War fast gut. War auch fast sowas ähnliches wie gut. Hier auf der großen Karte haben die Kurven jetzt weitläufiger ausgeschaut. Tatsächlich ab und so ein bisschen bremsen. Ein bisschen bremsen. Hier wäre mehr Bremsen gut gewesen. Hier rollen wir mal ganz gemütlich durch. Hier schauen wir uns die schöne Landschaft ein bisschen an. Jetzt ziehen wir aber durch. Ah, da kommt noch mal die Kurve wo man bremsen hätte sollen. muss ich bei der letzten Kurve nur bremsen oder? Ja, vom Gas erreicht irgendwie. Passt schon. So. Das war, glaube ich, das letzte Straßenrennen reguliere. Und wir bekommen den Wheelspin zum Abschnitt. Sehr schön. Straßenrennen abgeschlossen. Level 50. Wheelspin. Alles dabei. Lauter epische Kanon und ich bekomme ein Nissan. Super. Weg damit. So. Hier sagt er mir auch nochmal. Duvenausstieg. Anstaltung abgeschlossen. Straßen. Ich lasse nur kurz durchlaufen. Gewinne alle Straßenrennen. Das war's. Da bekomme ich aber in der Regel gibt es da Auszeichnungen. Auszeichnungen. Festivals. Die sammelt man nur schnell alle ein. Gewinne. Was ist das? Straßenrennen. Kleidung. Kinder. Ich habe zuerst gelesen. Kein Bockhelm. Nein. Heißt anders. Und da ist noch. Oh. Auto. Mercedes-Benz. Da bekomme ich. Okay. Aber nur irgendwie Auszeichnung irgendwo. Ja. Da war. Äh. Was ist das? Für was ist die Belohnung? Zerstöre 15 Telefonzellen. Okay. Wussten nicht mehr, dass man Telefonzellen zerstören kann. Ah. Ja gut. So. Und das nächste Mal. The Marathon. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.